Und eben, und jetzt wird es spannend, jetzt bin ich so gespannt, jetzt kommt endlich die Tansania-Schiene. Ah, ja, ja. Also du sitzt hier in Deutschland, frickelst an der Premium-Suche herum, bist genervt, dass wir alle hier mit Corona ständig zu Hause hocken und was passiert dann? Ja, also das war ja nicht nur, dass ich genervt bin von der Corona-Lage, sondern es war ja auch einfach so, dass das mein Business lahmgelegt hat. Also es ist ja die große, es ist ja eine ganz schöne Hürde, sowas in den Markt zu bringen und da müssen andere Voraussetzungen da sein und die Voraussetzungen waren mit Corona halt einfach weg. Weil keiner kommt momentan zu einem Masseur oder zu einem... Geht ja nicht. Und das ist ja auch nach wie vor so, solange das nicht wirklich gelöst ist, ist ja immer auch die Gefahr, welche Mutante kommt als nächstes um die Ecke. Also diese ganze Stabilität war weg und ja, ich glaube da inzwischen sowieso sehr stark, dass sich dann noch sehr, sehr viel Grundsätzliches wandeln wird. Jedenfalls war das für mich damit erstmal, nachdem ich eh schon bei 80 Prozent nur war, war dann die Hürde einfach, ja, war dann so, dass ich gesagt habe, okay, das lasse ich jetzt erstmal runen. Ja, und dann kam der Ruf. Also ich war dann ja, wo sind wir jetzt, 2020 ging das ja los und ich habe dann, dann waren ja Lockdowns, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber dann hatten wir schon einen sehr schönen Sommer. Wir hatten das dann, oder auf Frühling, wir sind dann viel rausgefahren in der Natur und es war eigentlich auch, waren auch fantastische Erlebnisse, muss man sagen, weil plötzlich war diese ganze Raserei weg. Wir waren in den Bergen, also das mal nochmal ganz anders erlebt, weil plötzlich war Ruhe. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe plötzlich in den Straßen Paare spazieren gehen sehen, was man eigentlich gar nicht mehr sieht. Normalerweise ist es immer, ja, also dass man einfach zusammen so als Pärchen, Hand, Händchen halten, irgendwo durch die Straßen schlendert. Ja, also war schon irgendwie auch faszinierend, das mal ganz anders zu erleben. Also gerade da hier im Voralpenland, wo wir sind, jetzt geht es ja wieder los mit der Raserei. Absolut, ja. Aber da war Pause. Also das war schon genial und dann, ja, auf einen dieser, es hat eine Weile gedauert und ich habe dann zwar schon mir gedacht, die Lockdowns werden nicht aufhören. Ich hatte das auch meiner Freundin gesagt und habe gemeint, nee, nee, das hört schon wieder auf und so weiter. Und dann waren wir irgendwann im Spätherbst und habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich weg. Da kam so richtig so ein Ruf, Tansania soll es sein. Wie bist du auf Tansania gekommen? Ah, es ist wirklich Intuition. Natürlich auch noch durch den Magafuli, der dieses witzige Video gepostet hat, wo er die PCR-Tests an… Nein, das habe ich keinem mitgegeben. Ja, das war ein ziemlicher YouTube-Knöller. Der hat ja dann an Ziegen und Motor Oil und Papaya hat er ja dann den PCR-Test probiert. Und man hat ja gesehen, das war halt positiv. Also haben sie damals schon beschlossen, okay, also wir machen den schon mal nicht mit. Also das war dann natürlich auch ein großer Faktor. Aber natürlich fand ich auch schon immer diese Tierwelt total faszinierend. Das Land an sich, Afrika fand ich schon eh immer mega spannend. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich los. Mehr als ein Urlaub kann nicht passieren. Also im schlimmsten Fall, habe ich gesagt, bin ich in zwei Wochen wieder da. Aber du hast erst mal nur das Hinticket gesucht. Gut. Nee, nee, ich habe schon ein Backticket auch gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, für welchen Zeitraum. Aber das kann man verschieben. Ja, dann bin ich da hin. Und das war schon alles ziemlich dystopisch. Also man hat schon gemerkt, okay, diese ganzen Systeme, die einen jetzt… Also, man ist also hundertmal gecheckt worden und ich musste dann noch kurz davor nochmal einen PCR-Test machen. Für die Einreise oder für die Ausreise? Ja, ich bin über Amsterdam geflogen. Und weil ich zwei Tage, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, kam diese Regel, dass man dann über Amsterdam nur für den Transfer auch einen PCR-Test braucht. So, also das war, hast du schon gemerkt, wie also täglich jetzt hier so die Schlinge enger sich zieht und so. Und ich war dann, also es war schon krass. Also ich bin dann, ja, das ist eine Geschichte für sich, weil ich hatte dann erst einen positiven Test und am nächsten Tag dann einen negativen Test. Okay. Auf jeden Fall, irgendwann saßt du endlich im Flugzeug… Ja, genau. Und dann ging es nach Kilimanjaro. Und in Kilimanjaro war ich dann erstmal auf einer kleinen Lodge. Ich hatte dann von hier aus schon eine Safari gebucht. In der Kilimanjaro-Gegend, also in Norungoro-Krater und… Ist das Tansania? Ich dachte immer, das wäre schon Namibia. Ja, Kenia meinst du wahrscheinlich. Ja, das ist Marketing von den Kenianern, die haben das gut gemacht. Also, wo viele glauben, dass der Kilimanjaro in Kenia ist, ist Tansania. Aber auf jeden Fall, ja, das war toll, das war fantastisch. Also ein totaler Szenenwechsel. Also dann eben habe ich dann diesen Klassiker gemacht, also Lake Manjaro, das ist so ein Nationalpark, Tarangiri-Nationalpark und eben Norungoro-Krater. Ja, das ist das, wo die Gimex, das ist sozusagen das Lebenswerk von den Gimex. Ja, genau. Also es war fantastisch. Da natürlich auch war wenig los wegen Corona. Also man konnte dann das ganz anders erleben als sonst. Ganz wenige Fahrzeuge nur. Die waren ja auch alle lahmgelegt, Tourismus war ja platt. Ja. Und es war fantastisch, da diese Safari zu machen und diesen… Ja, also es war ein unglaublicher Szenenwechsel. Genau. Und was ist jetzt die Frage? Also wie es weiterging? Ja, genau. Weil du hast ja dann da aus einem Urlaub plötzlich eine völlig andere, völlig neue Idee entwickelt und ein neues Projekt ins Leben gerufen. Ja. Und das… Erzähl doch mal davon. Ja, also mehr und mehr hatte ich so das Gefühl, dass die ganze alte Welt, in der ich hier so bin, dass die so nicht mehr existieren wird, weiter existieren wird. Es war schon… Ich war schon sehr offen auch, dass es etwas ganz anderes ergibt. Und ich hatte dann eine Intuition, dass ich gerne nach Westen fahren möchte, zu diesem fantastischen Lake Tanganyika, den ich vorher nur aus einem Reiseführer kannte, von dem ich vorher noch nie irgendwas gehört hatte. Und der riesig ist, oder? Er ist der längste See der Welt, 650 Kilometer. Der zweitgrößte der Welt, nach dem Baikal, von dem Wassergehalt her. Also der See geht bis auf 1,5 Kilometer runter. Wow. Unglaublich. Süßwasser. Ja. Süßwasser. Okay. Und noch sauber relativ. Absolut. Weil da einfach drumherum noch nichts ist. Wenig. Also es gibt, glaube ich, schon Gegente, wo es ein bisschen problematisch ist. Aber da, wo ich dann war, ist es also… Also ich würde schon sagen, im allergrößten… Ja. Ja. Und ab einer gewissen Größe, also ich weiß das vom Baikalsee, da gibt es, glaube ich, auch irgendwie eine echt fiese Papierfabrik, eine russische, die da dran steht. Mhm. Und bloß der See ist so riesig und der hat so viele Mikroorganismen, dass er das schafft, dass er das schafft hat, tatsächlich das zu verarbeiten und zu wandeln irgendwie. Wahrscheinlich noch zwei Papierfabriken wird es schwierig werden. Ja. Also es ist ein Naturparadies. Also gigantisch. Das wird auch als das Aquarium der Welt bezeichnet. Also es ist eine unglaubliche Fischdichte und Nationalparks am Ufer, am Rand, am Seeszenenrand und so weiter. Also ein unglaublicher See. Ja, den wollte ich also irgendwie erkunden und zu dem Zweck bin ich dann von Arusha aus, das ist eben in der Kinabanscharo-Ecke, aufgebrochen. Und das war dann also ein ziemlich entscheidendes Ereignis für die ganze Geschichte. Ich schreibe auch ein Buch übrigens drüber, über das ganze Ding. Oh, cool. Super. Und also auf der Reise, das war irgendwie so ein Initiationserlebnis, weil es war alles okay bis zur Stadt. Also ich bin mit einem Fahrer gefahren, der hat noch einen Freund mitgenommen, das kann man auch nicht alleine machen, also so eine Tour. Vor allem bin ich, wenn man neu ist. Und bis zur Stadt Tabora ist alles eigentlich gut gegangen und dann wurde es richtig chaotisch. Also man muss dazu sagen, es sind tausend Kilometer, einmal quer durch Tanzania und dann muss man, das letzte Stück wird es dann Wild West. Also da fährt man durch Dschungel und Pisten und keine Straßen. Also von der Seite aus. Von der Dalai-San-Lam-Seite ist was anderes. Aber da geht es dann wirklich… Ja, und wie gesagt, ich war ja neu in dem Land immer noch und dann wurde das Ganze eine Odyssee. Ja, wir sind in den Dschungel gekommen, dann ab Tabora. Ich hatte eine Karte dabei zufällig, das hat mich dann leider in den Expertenstatus… Ja, ich habe so eine Karte noch gekauft. Aber die hat mich dann irgendwie in den Expertenstatus versetzt. Ich habe eigentlich gedacht, die Fahrer kennen sich aus. Und GPS kannst du vergessen. War ziemlich schwierig, ja. Hin und wieder gab es ein bisschen was, aber irgendwie… Und dann sind wir Hunderte von Kilometern gefühlt über krasseste Schlaglochpiste gefahren. Und wirklich, es war wirklich richtig hart draußen. Also wirklich Dschungel weit weg von irgendwas. Es wurde immer Bilder, es wurde immer irgendwie… Also es war… Und das ging, glaube ich… Wir hatten ein kleines Auto, das war ein Toyota-Mini-Ding, irgendwie Bus. Achso, also nicht einmal so ein schöner High-Looks oder so. Nein, nichts dergleichen. Das war wie so ein Caddy von VW. Und ich hatte ja meine Habseligkeiten, zwei Rucksäcke irgendwie, das war das, was ich noch hatte. Und Essen, Trinken und so? Ja, schwierig. Also ich habe auch echt Hungerstrecken gehabt und auch Durststrecken im Marsten See. Und ich wusste auch nicht, wo geht es überhaupt hin? Was sind hier für Leute? Und was ist das alles, was ich hier gerade mache? Also das war schon so eine… Ja, es war so im Nachhinein so ein bisschen wie Sterben. Also ich bin in einer komplett unbekannten Welt. Ich fahre irgendwo hin, wo ich ein paar schöne Bilder davon gesehen habe, aber letztlich nichts weiß. Und es wird immer wilder. Es wird wirklich… Also wir sind in die Nacht reingekommen und dann gab es halt nur hin und wieder so Schilder. Vorsicht vor den wilden Tieren und man konnte kommen… Aber immerhin gab es noch Schilder. Ganz, ganz sporadisch gab es noch Schilder. Ja, hinterher wieder gab es so ein paar Bautrupps, die dann irgendwo Lagerfeuer gemacht hatten. Und wie gesagt, ich wusste damals noch nicht, wie die Tansanier sind. Und später habe ich das verstanden und heute würde ich das ganz anders wahrnehmen. Das ist nämlich ein tolles Völkchen. Also, aber wenn man das nicht weiß, dann… Erstmal alles bedrohlich, weil das, was du nicht kennst, könnte sich ja bedrohen. Also, du hast zwischendrin Momente gehabt, wo du wahrscheinlich auch dich gefragt hast, kommst du hier überhaupt raus? Ja, und ich hatte ja auch das Gefühl, zu Hause gehen alle Türen zu mit diesem Corona. Also, es war noch nicht mal mehr sicher, ob der Flugverkehr nicht bald eingestellt wird. Man muss sich in diese Zeit zurückversetzen. Das war wirklich eine unfassbare Panik vor diesem Corona damals und eine tägliche ändernde Lage. Und auch bei der Fluggesellschaft, wo ich war, da hat man auch schon festgestellt, die haben gemerkt, dass die schon Bammel hatten, dass die nicht zumachen müssen, dass die aufhören müssen. Weil ihnen das Geld ausgeht aber auch. Auch das, richtig, natürlich. Keine Flügel. Ja, ja. Und aber auch, dass sie halt irgendwelche Regeln bekommen, dass sie es nicht mehr dürfen. Ja. Also, das war schon… Also, ich wusste tatsächlich nicht, wie das überhaupt weitergeht. Also, ich hätte dann mir auch denken können, die Welt fällt jetzt in eine globale Diktatur. Und was weiß ich, was passiert. Ja, also, oder es kann dauern. Oder whatever. Also, ich wusste wirklich nicht, ob ich da jetzt so zurück kann und auch zurück will. Weil mir war auch klar, die Perspektive war für mich in dem Moment einfach auch nicht mehr gegeben. Also, das war eine unglaubliche Reise, diese Strecke. Also, schreib da unbedingt ein Buch. Mich würde das interessieren. Also, da habe ich mir auch gedacht, okay, also, das ist jetzt was, das würde, glaube ich, nicht jeder irgendwie schaffen. Also, da hätte man durchdrehen können, glaube ich. Also, das war echt… Was würdest du sagen, was war die Hauptherausforderung, mit der du da dich konfrontiert gesehen hast? Also, mit einem krassen Gefühl von Einsamkeit und Ungewissheit umgehen zu können. Also, so etwas wie auch nicht mehr kontrollieren können, was passiert. Absolut. Also, es ist wie sich fallen lassen in irgendwas völlig… Ich sage ja, das hat keine Unähnlichkeit mit dem Sterben gehabt für mich. Also, ich denke, okay, das Alte verschwindet gerade. Das Neue ist eine wilde, unbekannte Umgebung. Und alles, was ich habe, bin ich so. Also, das ist geil. Und dann gab es da wahrscheinlich auch Momente, genau in diesem Existenziellen, die dann auch sehr intensiv für dich waren. Absolut. Also, wo du wirklich auch vielleicht dich viel mehr gespürt hast als je die Jahre davor. Das ist der Punkt, ja, genau. Ja, und war das dann aber wahrscheinlich auch nicht so auf einen Schlag, so, ja, jetzt spüre ich mich, ach ja, sondern das sind so, wahrscheinlich ist so ein, ich stelle mir das vor wie so ein Hin- und Herschwanken zwischen Abgrund, boah, wohin geht's, und dann plötzlich, boah, cool, Intensität, ich erlebe was, ich spüre mich. So habe ich es auch erlebt, ja. Also, man singt dann wieder und dann muss man sich, dann hat man zu kämpfen und dann wird es plötzlich wieder ganz licht und ganz spannend, wie du es beschrieben hast, kann es sich besser beschreiben. Naja, okay, und dann ging es eben zwei Tage so und irgendwann waren die Fahrer am Ende. Also, dann waren die Fahrer am Ende und haben gesagt, okay, wir machen echt nicht weiter, der eine hat ja schon Heimweh, weil Fili war das ja auch schon eine Entfernung in Tansania und dann habe ich gesagt, okay, gut, also mit den, und dann waren wir in der Stadt im Panda, das ist also auch schon sehr weit weg. Da haben die gestreikt, haben wir gesagt, wir fahren nicht mehr weiter. Aber dann war es in einer Stadt, wo es andere Menschen und Autos vielleicht auch gab. Genau, also das war der, die hätten mich auch nicht stehen lassen einfach, also das muss man auch dazu sagen. Aber sie haben einfach signalisiert, für die geht es jetzt nicht weiter, die müssen ja auch alles wieder zurückfahren. Boah, ja. Mit der Kiste, die geächtet und gequiescht hat und was weiß ich. Und dann hieß es eben, da haben wir im Panda, haben wir dann eben jemanden gefragt, wie weit es denn jetzt noch zum See ist. Und da war die Antwort ungefähr vier Stunden und das kann halt auch in Tansania locker mal acht Stunden bedeuten, was für die wiederum 16 Stunden bedeutet, plus bedeutet das. Also es war, und die waren einfach fertig. Okay, und dann kam eben die Vendee, dann habe ich eben auf dieser Lodge angerufen, wo ich dann hin wollte. Ja. Das war ja mein eigentliches Ziel. Und da war dann Luis dran und die war total super kompetent, megafreundlich. Voll entspannt. Voll entspannt und da haben wir gesagt, alles klar, kriegen wir hin. Hol dich ab, hol das. Haben einen Fahrer organisiert. Und dann war, das war dann die totale Wende. Dann kam ein Fahrer und er hat ein tolles Auto, was mir in dem Fall tatsächlich auch echt angenehm war, weil unsere Kiste war vollkommen runtergerockt. Und dann war das einfach, und dann sind wir, das war so der Wendepunkt. Und dann sind wir da runtergefahren durch den Katawi-Nationalpark. Jetzt alles entspannt, Tag, wieder was zu essen gehabt, also auch wieder irgendwie. Aufgetankt. Ja, aufgetankt, ganz genau. Und dann war dieser Katawi-Nationalpark, diese Fahrt da war auch absolut fantastisch. Das ist ein sehr, sehr abgelegener, der abgelegenste Park, glaube ich, sogar in Tansania und gleichzeitig ein ganz besonders tierreicher auch. Und man fährt eine unglaubliche Strecke an Giraffen vorbei, an Wild, an Wasserbüffeln, Nähpferde, Krokodile. Eine unglaubliche Natur, Hügellick, Bäche, kleine Tümpel, Lichtungen, wo man Giraffen äßen sieht an den Bäumen und so weiter. Das war eine unglaublich tolle Szenerie. Und das ging dann vier Stunden lang, glaube ich, um der Abt und dann bin ich immer am See angekommen. Und dann dort auf der Lodge und da war es dann wirklich so, das war wie, wiedergeboren zu werden. Also ich hatte dann da wirklich das Gefühl, okay, jetzt bin ich im Paradies. Du bist durch das Purgatorium durch. Ja, so hat es sich angefangen. Ja, cool. Plötzlich war alles safe, plötzlich war alles super und tatsächlich ist dieser Platz, der kam mir so sicher und so geborgen vor. Direkt am Ufer und im Hintergrund diese Natur, diese ganze Lodge funktioniert off-grid, kann ausfallen, was will. Ich hatte eine kleine Hütte, unglaublich nette Menschen dort. Totaler Szenenwechsel wieder. Es war faszinierend. Und wahrscheinlich hat genau diese dunkle Phase oder dieses Ungewisse, dieses Abfallen vielleicht auch von so alten, ja, vielleicht fast schon so alten Mustern oder Strukturen, war wahrscheinlich nötig, dass du dann da an diesem See plötzlich solche Ideen entwickeln konntest. Ja, ja, absolut. Kurze Frage noch, wie kommt man denn sonst zu dieser Lodge? Also es geht... Ist das nicht der klassische Anreise, die du da gemacht hast? Ja, nein, das war natürlich schon die, keine Ahnung, also das war natürlich schon die Hardcore-Anreise, ja. Nein, nein, man kann von Daesalaam nach einem Panda fliegen, Inlandsflug in eineinhalb Stunden und, noch nicht mal, eineinhalb Stunden und dann geht es eben, wie gesagt, diese letzte Strecke vier Stunden, aber die ist ja auch schon ein Erlebnis. Also das ist deutlich besser und auch mit dem Auto ist es besser zu machen von Daesalaam nach Panda, da ist nämlich auch Teerstraße. Also das ist dann schon eine Tour, also da ist man dann schon auch natürlich lange unterwegs, aber per Flugzeug geht es. Von Daesalaam nach einem Haus in eineinhalb Stunden plus diese Fahrt. Ja, okay. Und das ist auch dann die Standardroute, die du dann später verwendet hast. Ja, ja. Das war irgendwie so eine, weiß ich, das war nur nötig. Ja, das war auch von damals, von uns, von unseren Reisen. Das war so dieses, da wollen wir jetzt mal hin, wir fahren auch mal los. Ja, genau. Ja, liebe Freunde zu Hause, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich unterstützen. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge, liken, abonnieren, den Alarm drücken für das Abo oder ihr geht auf unsere Patreon-Seite, die ihr unten findet im Fußtext. Dort könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Danke euch.